Hallo, eine ganze Menge Schokolade mit dem und ein bisschen Kakao. Kids im Dialog ist eine Ausstellung für Kinder zwischen drei bis sieben Jahren zum Thema soziales Lernen, Emotionen, Diversität und Inklusion. Wie siehst du aus, wenn du Angst hast? Die Ausstellung teilt sich in drei große Themenbereiche und fängt an mit dem Thema Einzigartigkeit und Vielfalt. Wie sehe ich aus, wie sieht mein Körper in Bewegung aus, wie hört sich meine Stimme an. Sie können wahrscheinlich das erste Mal auch ihr Herz selber sehen, hören und fühlen. Ihr Herz schlägt ähnlich schnell wie bei Jette. Und wo sitzt dein Herz? Das sitzt auch da, genau da, wo Jettes Herz sitzt. Wir beobachten in der Gesellschaft, dass es mehr zunehmend eine Ellenbogengesellschaft wird. Viele Menschen denken nur an sich und hier wollen wir jetzt mit der Ausstellung bewirken, dass die Kinder schon früh im Alter daran gebracht werden, dass sie sich auch mal um andere Menschen kümmern, dass sie nicht nur an sich selber denken, sondern an das große Ganze. Ich glaube, wenn man das gemeinsam macht, funktioniert das am besten. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 72 85095 sowie 27 84019. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 68 57017 und 42 07805. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 4151091. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Gewinn!